Carglass repariert, Carglass tauscht aus. Hallo, mein Name ist Thorsten Bohms, Leiter Service Center bei Carglass. So ein Steinschlag ist alles andere als harmlos. Ich zeige Ihnen warum. Ein Steinschlag besteht aus tausenden Mikrorissen, die sich unbemerkt ausweiten. Dann genügt schon ein Schlagloch. Und die Scheibe kann reißen. Klar, bei Carglass würden wir Ihnen schnell eine neue einbauen. Aber das kostet Sie die Selbstbeteiligung. Wenn Sie uns gleich anrufen, kommen wir vorbei und können den Steinschlag normalerweise reparieren. Ohne eine neue Scheibe einzubauen. Mit unserer patentierten Carglass-Technologie. Speziallatz injizieren, aushärten, veredeln, fertig. Schon nach 30 Minuten ist die Scheibe wieder stabil. What the fuck? What the fuck? Willkommen bei Carglass-Technologie. Viele Boom-Ton-Poß-Poß-Poß-Poß-Poß-Poß-Poß-Poß-Poß-Poß. Die Konstanischen Køyani-Poß-Poß-Poß-Poß-Poß-Poß-Poß-Poß-Poß-Poß-Poß. Vielen Dank.